Willkommen zu einer neuen folge let's play hide and secret und ja wir sind bei diesem überragenden spiel das letzte mal hier glaube ich haben wir das letzte mal aufgehört das möchte ich sagen das bedeutet wir müssen also sauberes wasser erst mal finden hier halten wir ja ein bisschen was oder wir könnten das hier ein bisschen auffüllen volle feld wasche nice okay so ich habe nicht wirklich plan wo wir das letzte mal aufgehört haben deshalb guck ich jetzt einfach die fackeln nicht wir probieren das einfach mal danke dass das sollte für eine weile helfen noch eine sache könntest du könntest du dich etwas bei das so auch bei der statue umsehen ich glaube ich habe dort den namen was denn das dynamit stand gesehen viel zu nahe im lagerfeuer nach hier okay wir haben wieder hier so ein wunderbares rätsel wo wir uns ja immer wieder darauf freuen ich glaube hatten wir das nicht schon mal okay das stier ist schon mal nicht drin so munitionsgürtel da oben sind die tnt dinge aber ich möchte mit dem munitionsgürtel beginnen den werde ich wahrscheinlich erst oder sofort beim rennen dann sehen so hier flamingo das kann flamingo wo ist in der schule vogel flamingo bestimmt wieder so hässlich auf irgendwas drauf gemalt flamingo flamingo bist du bist du am arsch das glaube ich nehme ich auch ein bisschen naja ich finde mich dann nehmen wir jetzt den kessel dass das hier der hockeyschläger da ist ein hockeyschläger das eine harfe wo haben wir denn den juden das hier ist doch das ist nicht ich habe keine ahnung erstmal hat nicht dass das hier die uhr das ist die hier dynamit haben hier oben ente 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 bügeleisen haben auch schon gesehen kristallteller 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 ist klar also nicht so als kette haben wir hier hängen mandeln alter echtes mandeln das bild kommt mir irgendwie so bekannt vor ich weiß wir hatten wir das schon mal oder täusche ich mich da weil das kommt mir gerade extrem bekannt vor allem das mit dem schlüssel dort mit den würfeln chinesischen stäbchen ja deswegen irgendwie bloß mit anderen suchbegriffen hier unten jetzt wo ist denn das teller 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 okay schläge aber das ist gar nicht so einfach hm sage mal alter schritt ich finde das echt nicht das ist unglaublich doch natürlich das foto hatten wir schon mal das mit dem telefon daran kann ich mich erinnern ah hier sind mandeln okay die mandeln hätten wir dann fehlt nur noch das teller da gestellung der flamingo der schulste vogel von allen komm komm raus Nein nein ne ach ich erkenne das gerade hinten erst dass so eine rettung ist so wie es aussieht pf gern geranken ja ich hab die ganze zeit gedacht das wäre so und wie so ein hut von so einem papst oder so davon zu einem kirchen oberhaupt irgendwie dass ich so kommt oder war das kristallteller der hockeyschläger eigentlich weiter müsste man eigentlich jedes pixel mal ab bräuchte noch nicht mehr jedes pixel aber einfach alles mal so ein bisschen abklicken das mache ich jetzt einfach mal benutze das gleiche hinweis okay ich bin das mal ein hinweis mal gucken was da kommt da soll man gucken ach alter das hat man aber kein meter kann neben leben hätte ich das kunde nicht im leben so ach das hält sich jetzt erst noch auf vielleicht finden wir den flamingo auch so mein mann 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 so wir können den hinweis wieder benutzen ich suche das ist auch mal ach okay okay so sehr gerne mal das dynamit das haben wir hier haben wir den kundvogel der sich ja voll freundlich eigentlich aus wir gucken da waren hier ja schon Was? Das ist das brennende Frack in der Ferne Okay Warte mal, auf der Karte Wir gucken jetzt praktisch hier Wir gucken hier drauf Okay Gehen wir jetzt zurück? Ja, wir können jetzt zurück So, dann gehen wir mal hier weiter Was ist das? Ich weiß, wann wurde ein Schrein gehauen Achso, okay Das hatten wir ja schon Da ist Da, ach komm, ganz ehrlich Ist doch scheiße Können wir das hier benutzen? Ne Ähm Ganz ehrlich So ein Zelt kann man auch mal kurz aufreißen Ich denke mal, das ist nicht die große Schwierigkeit So, das haben wir, glaub Gemacht Da brauchen wir irgendeinen Mikrochip Was ist voll und zu schwer, um uns zu bewegen? Ich finde, Konkordenzieher und Lehrer, das was? Okay Ähm Ich dachte, das ist der Typ mit seiner Tochter Räääh Und der Typ mit dem Bienen im Gesicht In der Fresse hier Ach, da muss man irgendwie die richtige Farbe reinhauen, ne? Strahlen aus Farbe Klicken Lichtscheine aus den Augen Die Statue Faul verändert sich, wenn du die Namanten berührst Ja, ja Haben wir hier Was haben wir hier? Die Tür ist verschlossen Hier, ja, ja Das Rohr Es sieht aus, als Ähm Ich habe Dynamit So, und jetzt mit der brennenden Fackel Die sind jetzt volle Überraschungen Da plötzlich Regen hat die Zündschuhe gelöscht Aber das Dünner mit explodieren konnte Leider hat der Regen wohl auch die Fackel gelöscht Wir müssen sie wohl erst wieder anschieben Ach, da gehen wir eben wieder zurück, ey Und da für den Scheiß Hier, Feuer Fackel Brennende Fackel Super So, dann gehen wir mal wieder Ach, ist aber mal noch den falschen Weg, oder was? So Ach, schon wieder falsch gelaufen So, jetzt aber Jetzt hör mal auf zu regnen, hier Geht doch So Mann, warum muss das alles hier so umständlich sein? Unglaublich ist es Oh, hier ist nochmal so ein Auge